Wenn ich an meine Kindheit denke, dann ist es so, dass ich aufgewachsen bin, indem ich eben am Wochenende mal Fernsehen geguckt habe für eine Stunde oder für zwei Stunden und dann von 14 bis 16 Uhr und ansonsten draußen gespielt habe. Heute wächst die Jugend ganz anders auf. Heute ist es so, dass sie TikTok oder YouTube-Videos sich anschauen, dass sie nicht nur in der Schule lernen, ganz intensiv natürlich und professionell, sondern dass man beispielsweise auch sich selber Dinge beibringt über YouTube-Videos und andere Lerninhalte. Es geht sogar deutlich weiter. Die Kinder vernetzen sich über ihre Smartphones in Messenger-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und so weiter. Aber auch für die Erwachsenen ist es natürlich ein ganz wesentliches Element in der Digitalisierung, dass wir nicht nur die Freizeit und die Lerninhalte miteinander verbringen, sondern auch vielleicht mobil miteinander arbeiten. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man nur im Büro sitzt, sondern man ist draußen vielleicht in einem Café und arbeitet mit seinem Notebook, mit seinem Laptop oder macht Bankgeschäfte über sein Smartphone. Das sind alles Bereiche, die ganz erheblich sind. Das betrifft die Jungen und es betrifft die sogenannten Golden Agers, auch die älteren Personen, die hier ganz intensiv an der Digitalisierung teilhaben und so natürlich auch ganz besonders sozialisiert werden.